So, wenn Flummi nicht immer seine Nase oder jetzt seinen ganzen Kopf vor der Kamera hätte, dann könnte ich euch zeigen, um was es in diesem Video geht. Und zwar wollte Hanna in die Wanne, danke, und zwar wollte Hanna in die Wanne und wir haben entdeckt, dass wir noch so ein Tinti Zauberbad im Schrank haben und deswegen haben wir spontan, Flummi, das folgende Video gedreht. Viel Spaß! Hallo bei den Spielzeugtestern. Hallo. Heute machen wir das auf. Genau, das ist von Tinti, blaues Zauberbad und da soll eine Schwammfigur rauskommen. Zeig mal hoch die Packung. Genau, bleib mal stehen. Nicht wackeln. Genau, richtig. Und Hanna will jetzt gleich in die Wanne und vorher lösen wir das einmal auf und schauen, was da für eine Schwammfigur rauskommt und wie groß die ist, ne? Ja. Zeig mal, wie sie... Oh, das ist ein Ball. Der ist noch in Folie. Und was müssen wir deswegen noch machen? Aufmachen. Genau, bloß. Wenn ich lache, dann wackele ich so. Dann werden die Kinder seekrank. Ich glaube, da brauchen wir eine Schere für, oder? Kriegst du das so hin? Hier ist ein bisschen Papier. Papier oder Plastik? Plastik. Ich habe es jetzt ausgepackt. Super. Was hast du gerade auf den Boden geschmissen? Den Müll. Ah, ich glaube, ich bin. Aufheben. Und den Müll. Genau. Das ging schneller als erwartet. Genau. Oh, der sprudelt aber ordentlich. Und es wird schön blau. Das stimmt. Oh, hoffentlich schmeiße ich nicht das Handy jetzt ins Wasser. Was machst du da, Flummi? Bestimm mich da rein. Ne, das ist nicht gut. Ich sehe es auch von hier. Der wird schnell klein. Und er brutzelt und verfärbt das Wasser. Ja, jetzt ist es alles blau. Hm. Oh, da kommt schon was raus. Ich sehe was. Ich glaube, was rot ist. Bestimmt ein Schlammonster. Ein Schlammonster, meinst du? Plupp. Was ist es? Ein Auto? Eine Maus? Ein Nilpferd? Es versteckt sich hinter dem Kabel. Das ist kein Kabel. Das ist ein Schlauch. Oder wie nennt man das Ding? Schlauch. Wasserschlauch. Kein Kabel. Auf jeden Fall hat es sich dahinter versteckt. Und das ging jetzt gerade relativ schnell. Jetzt müssen wir warten, bis Hannah fertig ist. Und die kann das Teil dann da hinten mal befreien. Und dann gucken wir uns das mal an. Könnt ihr da was erkennen? Ich nicht. Kann ich rein? Ja, du kannst rein. Okay, dann schnapp es dir mal. Ich glaube, es ist doch ne Elefant. Oder ne Krake? Ne Krone? Muffin. Ein Muffin? Was ist es? Ne Koralle. Koralle. Ja, wie von den Robofischen. Weißt du noch? Da hatten wir auch ne orange Koralle. Das ist aber jetzt eine lila. Ne, eine rote. Hübsch. Jetzt siehst du aus wie Ariel. Oh, sehr flott. Oh. Hält nicht, ne? Nein. Gut, dann sagen wir Tschüss, damit Hannah weiter baden kann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Mua.